Der österreichische Philosoph Ludwig Wittgenstein kam 1889 zur Welt. Nach seinem Ingenieurstudium arbeitete Wittgenstein in England an Verbesserungen für Flugzeugpropeller. Im Anschluss daran widmete er sich der Philosophie und wurde ein Schüler von Bertrand Russell. Wittgensteins wichtigstes Werk bildet der Traktatus Logico Philosophicus. Der frühe Wittgenstein meinte, dass viele philosophische Probleme der Vergangenheit durch einen unangemessenen Sprachgebrauch entstanden waren und daher Scheinprobleme darstellen. Aufbauend auf der modernen Logik von Bertrand Russell und Gottlob Frege untersuchte Wittgenstein, was durch sinnvolle Sätze überhaupt gesagt werden kann und was der Mensch hingegen bloß zeigt. Wittgenstein zufolge kann nur eine logische Sprache, dem Abbild der Wirklichkeit, eine Struktur geben. Wittgenstein legte mit dem Anspruch von Naturwissenschaften das Verhältnis von Aussagen zu Sachverhalten dar. In unserem Modell können wir einzelne Spielfiguren aus dem Reservoir, welches die Welt als Ganzes darstellt, nehmen und auf die kleine vorspringende Fläche aufstellen, um einen konkreten Sachverhalt, zum Beispiel den Satz, ein Nashorn war im Gelände, darzustellen. Das Hinlegen einer Kugel in die Schnittfläche der Kreise N und G bedeutet in der Sprache der Prädikatenlogik folgendes. Es existiert ein X, für das gilt, X ist ein Nashorn und X war im Gelände. Solche einfachen Aussagen werden nun zu Aussageverbindungen zusammengefasst. Zum Beispiel findet sich über den Kreisen N und G eine logische Schaltung, die für den Satz, ein Nashorn oder ein Flusspferd waren im Gelände und dort wurden Spuren gefunden, steht. Um die Wahrheitswerte der Aussageverbindungen zu errechnen, schieben wir den Aluminiumstreifen nach links, sodass die quadratischen Öffnungen verschlossen sind. Danach füllen wir alle quadratischen Öffnungen mit Stahlkugeln. Der Wahrheitswert der Aussageverbindung ist von den Wahrheitswerten der Einzelaussagen und deren Verknüpfung abhängig. Aus dem Satz allein lässt sich nicht erkennen, ob er wahr oder falsch ist. Dazu bedarf es eines Vergleiches mit der Wirklichkeit. Je nachdem, ob der dargestellte Sachverhalt auf der Fläche dem Elementarsatz entspricht, müssen wir die Wahrheitshebel der obersten Reihe auf wahr oder falsch einstellen. Die Wahrheit oder Falschheit überträgt sich von den einzelnen Elementaraussagen auf die Aussageverbindungen nach bestimmten Regeln. Mit der obersten Reihe beginnend, schieben wir die Aluminiumstreifen nach rechts. Dadurch fallen die Kugeln nach unten und bewegen die Ventile. Die letzte Kugel zeigt den Wahrheitswert der gesamten Aussageverbindung an. In unserem Fall für die Aussage, ein Nashorn oder ein Flusspferd waren im Gelände und dort wurden Spuren gefunden. Das Modell bestätigt die Richtigkeit unseres Satzes bei einer anderen Wirklichkeit, aber kann er auch falsch sein. Nach Wittgenstein besitzt nur ein Satz, der in mindestens einem Fall falsch sein kann, eine echte Aussage. Die Sätze der Metaphysik, Mystik und Ethik könne der Mensch mit Logik nicht erfassen. Der frühe Wittgenstein behandelte sie deswegen nicht, leugnete aber auch nicht deren Existenz. Er hielt es für die Aufgabe der Philosophie, diese unsagbaren Themen von den Sagbaren zu trennen. Die große Schaltung links hinten in unserem Modell entspricht so einer Aussageverbindung, die eine Tautologie und daher immer wahr ist, ganz unabhängig davon, was auf unserer kleinen Wirklichkeitsfläche stattfindet. Auf der rechten Seite des Modells beziehen sich die Sätze auf das Unsagbare, dabei bleibt die von ihnen eingerahmte Tafel leer. Wittgensteins Spätwerk widmete sich ebenso der Sprache. Eine Veranschaulichung dieses Werkes sehen wir, wenn wir die Tafel nach hinten klappen. Hier stehen die Worte nicht als Abbilder für Elemente der Wirklichkeit. Ihre Bedeutung ergibt sich nunmehr aus ihrem Gebrauch innerhalb der Sprachspiele, die in verschiedenen Menschengruppenspezifischen Verwendungsregeln folgen. Ähnlich wie bei den gezeichneten Zügen der Schachfiguren können wir auf der rechten Seite des Modells die Bedeutung eines Wortes aus seinem Gebrauch erraten, den es in bestimmten Sprachspielen findet. Die zwei Blindwörter können wir durch Drehen jeweils anderen Sätzen zuordnen. Den Sinn eines Wortes versteht der Mensch dem späten Wittgenstein zufolge, wenn er es innerhalb eines Sprachspiels richtig gebrauchen kann. Das gemeinsame menschliche Handeln sei das Bezugssystem für sprachliche Äußerungen. Viele Denkinhalte und Begriffe können wir auch durch Baumstrukturen logisch ordnen. Die Entfaltung der Äste und Zweige eines natürlichen Baumes entspricht dem Fortgang des Denkens vom allgemeinen Begriff hin zum Konkreten. In der philosophischen Tradition traten aus der Vielzahl möglicher Gedankenbäume einige immer wieder hervor, so zum Beispiel die Struktur von der allgemeinen Substanz über das empfindende Lebewesen hinweg bis hin zum Menschen im Besonderen. Die Fragen, die an einen Sachverhalt gestellt werden, um ihn zu konkretisieren, werden Differentation genannt. Da ihre Reihenfolge beliebig wählbar ist, können wir einen konkreten Endbegriff über verschiedene allgemeinen Begriffe definieren. Um alle möglichen alternativen Begriffsbäume in Beziehung zueinander zu setzen, bedarf es wegen der komplizierter Schon eines räumlichen Modells. Dieses ermöglicht eine Verallgemeinerung aus verschiedenen Richtungen. Aus vier Gegensatzpaaren, zum Beispiel vernünftig-unvernünftig, beseelt-unbeseelt, körperlich oder unkörperlich sowie endlich oder unendlich, lassen sich 16 Endbegriffe ableiten und 24 unterschiedliche Baumstrukturen erstellen. Im alltäglichen Denken sind solche komplizierten Entscheidungs- und Definitionsprozesse unnötig und für unsere Handlungsfähigkeit hinderlich. Besonders bei der Verarbeitung digitaler Informationen wird jedoch auf solch eine kombinatorische Logik mit Ja-Nein-Entscheidungen zurückgegriffen. Untertitelung. BR 2018